Was sind die Vor- und Nachteile einer In-vitro-Fertilisation im Ausland? Der Hauptvorteil einer In-vitro-Fertilisation im Ausland sind die geringeren Kosten. In-vitro-Fertilisationsbehandlungen können in den USA sehr teuer sein und durch die Behandlung in einem anderen Land können Tausende von Dollar gespart werden. Die Nachteile der In-vitro-Fertilisation im Ausland sind jedoch die zusätzliche Belastung des Transports, die im Vergleich zu den USA verringerte Behandlungserfolgsrate und die Unsicherheit im ärztlichen Ausbildungsniveau. Wenn ein Paar eine In-vitro-Befruchtungsbehandlung im Ausland erhält, ist das Verfahren nicht mehr durch die US-amerikanischen Gesundheitsgesetze geregelt. In-vitro-Fertilisationsbehandlungen kosten in den USA oft zehntausende Dollar. Die Vorteile eines Auslandsaufenthalts in Orte wie die Tschechische Republik liegen auf der Hand. Trotz der zusätzlichen Kosten für Transport, Unterkunft und Verpflegung ist die In-vitro-Fertilisation im Ausland immer noch billiger. In einigen Fällen können ein Paar aufgrund der günstigeren Kosten die Behandlung mehrmals versuchen, wenn die erste nicht erfolgreich ist. Ein weiterer Vorteil der In-vitro-Fertilisation im Ausland ist, dass sie mit einem Urlaub kombiniert werden kann. Eine Reihe verschiedener Orte in Europa bieten die Therapie an, und viele Paare wählen ein Land aus, das sie besuchen möchten. Dies kann die effektiven Kosten der Behandlung reduzieren, da die Flüge und die Unterkunftskosten für einen regulären Urlaub ohne Behandlung darstellen würden. Einige beliebte Länder, in denen meine billige In-vitro-Fertilisation durchgeführt werden soll, sind Spanien, Südafrika und Thailand. Jedes Land hat seine eigenen Gesundheitsvorschriften und Standards, und die Kosten in den verschiedenen Ländern können sehr unterschiedlich sein. Aus diesem Grund sollte jedes Paar, das eine In-vitro-Fertilisation im Ausland sucht, die Vorschriften in einem bestimmten Land gründlich untersuchen. Es gibt eine Reihe potenzieller Probleme mit der In-vitro-Fertilisation im Ausland. Erstens haben In-vitro-Fertilisationskliniken möglicherweise andere Praktiken und Verfahren als die USA. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass die Behandlung wirkt, was langfristig zu höheren Kosten führen kann. Möglicherweise gibt es auch Probleme mit der Identität und den Rekrutierungsmethoden der Spender. Ob dies ein Problem für ein Paar ist oder nicht, hängt von ihren moralischen Ansichten zu diesem Thema ab. In einigen Ländern gelten nicht dieselben strengen Vorschriften, wie ein Ei gespendet werden kann und wie viel die Person entschädigt wird. Es gibt jedoch eine Reihe von Orten, an denen allgemeine Informationen zu einem bestimmten Land gefunden werden können, eine schnelle Internetsuche sollte reichlich Optionen oder zumindest einen guten Ausgangspunkt bieten. Ein weiteres potenzielles Problem bei der In-vitro-Fertilisation im Ausland ist die unterschiedliche Ausbildung der Ärzte. Dies kann die Wirksamkeit der Behandlung und möglicherweise die Sicherheit beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich ein Paar für eine seriöse Klinik entscheidet.